Wer Gurken im eigenen Garten anbauen möchte, kann auf ein gesundes Hausmittel zurückgreifen. Milch ist nicht nur für uns Menschen gesund. Auch Pflanzen profitieren von ihren positiven Eigenschaften. Milch enthält wichtige Nährstoffe wie Calcium, Kalium und Magnesium. Diese sollen für das Wachstum der Pflanze gut sein. Die in Milch enthaltenen Proteine und Enzyme sollen gegen bestimmte Pilzkrankheiten wie Mehltau helfen. Außerdem kann das gesunde Getränk das Wachstum von Mikroorganismen im Boden fördern. Dadurch wird das Wachstum der Gurkenpflanze gestärkt und die Pflanze bleibt gesund. Benutzt für das Auftragen der Milchlösung am besten fettarme Milch in verdünnter Form. Außerdem solltet ihr den Boden damit nicht überschwemmen, da es zu Fohlenes kommen kann.